hallo ihr lieben heute habe ich mal was neues für mich ausprobiert ich bin mir beim ergebnis noch nicht 100 pro sicher es ist nicht perfekt also ich werde auf jeden fall ich habe noch so ein tablett was ich eventuell dann noch mal ausprobiere und erst mal so zu den basics ich habe mir so ein holztablett gold ich habe mir das jetzt bei kick geholt und habe eine inspiration bei der kerzenwerkstatt ich gucke mal ob ich euch diesen instagram account bzw ich glaube die haben auch youtube account verlinken kann weil ich fand die inspiration gar nicht so schlecht die haben mit line art ein gesicht gemalt und haben dann dementsprechend mit trockenblumen darum herum dass die haare simuliert so ein stück weit und das fand ich tatsächlich sehr sehr schön hintergrund war aber so ein bisschen ich bin im malen ja nicht so gut wer mich so schon ein bisschen länger verfolgt der weiß dass und ich habe solche aufkleber gehabt und habe mir dadurch so ein line art gesicht ausgedruckt weil ich dachte mensch das kann ich damit dann nutzen und dort aufkleben und dann sieht es nicht so also wie gesagt meine male künste sehen sehr benutzt bedürftig aus aber ich werde daran üben und genau und habe das dann dementsprechend aufgeklebt ich fand das hat sich auch wirklich gut gemacht ich fand dass dieses gesicht da auch für das tablett wirklich ganz gut reingepasst hat eben auch so von der größe her weil da kommen ja noch die trockenblumen drumherum und ich hatte noch trockenblumen von anderen projekten und dementsprechend brauchte ich da jetzt auch nichts neues holen und wollte eben wie gesagt schon immer so ein tablett haben und genau wie gesagt habt da die trockenblumen und lege die jetzt so ein bisschen immer draußen herum und klebe sie dann mit zum bastelkleber fest es war manchmal also auch da habe ich mich glaube ich ein bisschen ungeschickt angestellt aber man übt ja und ich bin ja immer wieder bei vielen sachen die ich jetzt mache einfach nicht ganz habe ich noch nie gemacht und dementsprechend dachte ich mir schauen wir einfach mal wie es am besten wird ich habe mich so ein bisschen auf wenn ich ich bin wirklich nicht der rosa typ auch das wisst ihr mittlerweile wahrscheinlich schon aber ich dachte das passt eigentlich fast am besten dann da rein und habe also dementsprechend mich für die rosa weiß lila variante entschieden und fand die tatsache sehr sehr schön dann auch und habe es dann erst mal einen tag stehen lassen und habe dann noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht und dachte mensch als tablett kannst du das jetzt aber nicht nutzen und habe dann überlegt ob ich es nicht mit epoxid harz aufgieße und dann dementsprechend das auch gut als tablett wo man sachen eben auch wirklich drauf stellen kann eben auch nutzen kann das war jetzt nicht ganz so einfach wie es mir gerne vorgestellt habe aber dass sie zeige ich euch gleich erst mal zeige ich euch gleich noch das ergebnis ich spule einfach ein bisschen vor damit ihr nicht ganz so viel von meinem gerede gehören müsst und also zeige ich euch gleich so ein bisschen mehr also ich spule ein bisschen schneller vor dann funktioniert das auch so ich bin schon ein bisschen weiter ich klebe nämlich schon ein ein bisschen dran fest und genau also zwischendrin schon mal falls euch übrigens mein kanal gefällt weil ich immer unterschiedliche sachen einfach ausprobiere und vielleicht habt ihr auch ideen was ich für euch auch gerne mal ausprobieren soll schreibt mir das gerne in die kommentare und ansonsten wünsche ich mir natürlich dass ihr ein däumchen nach oben gerne da lasst wenn es euch gefällt oder eben auch ein abo und danke auf jeden fall schon mal jedem einzelnen der sich auf meinen kanal verirrt hat und mir ein abo da gelassen hat so jetzt nachdem ich ihr seht schon ich habe das epoxid hart schon angerührt ich habe euch diesmal beim anruher nicht mitgenommen weil ich glaube ich habe das so oft auch schon gemacht und da das video so ein bisschen ich schon relativ lang dann war weil das projekt selber so ein bisschen aufwendig war war das dann für mich so ein bisschen zu schauen dass ich da nicht alles beim rühren mitnehme aber ihr seht natürlich auch schon ich musste mehrmals anrühren ich bin nicht der fan von ich rühre unheimlich viel an und habe dann noch was übrig ich hatte nämlich keine idee wie viel brauche ich eigentlich und habe dann also immer so ein bisschen angerührt und habe das ganze dann reingegossen weil es zu 95 90 prozent ungefähr war es eben nur ein klares epoxid hart und ich erzähle euch während ich nehme hier jetzt dann auch rühre alles ein bisschen wie gesagt im turbo durchgang weil wie gesagt das unrühren ist halt immer ein bisschen schwierig habe ich einen fehler gemacht beziehungsweise ich habe es nicht bedacht und habe auch nicht mit gerechnet wenn ich ehrlich bin ich habe ja die folie mit dem line art gesicht habe ich ja aufgeklebt bin auch fest der meinung gewesen dass das gut hält aber nein es hat nicht gehalten es ist leider an manchen ecken so ein bisschen leicht hoch geschwommen was natürlich ungünstig ist es ich musste so ein bisschen schauen ich habe zum schluss hin auch da habe ich dann nicht weiter jetzt mit gefilmt gehabt aber ich musste immer so ein bisschen schauen dass ich noch runter drücke und also mit so einem stäbchen und halt schaue dann wenn ich nicht mehr runter drücken kann dieses harz das hat ja so eine bearbeitungszeit so von einer halben stunde teilweise dreiviertel stunde je nachdem wie auch die außentemperaturen sind und dadurch musste ich so ein bisschen schauen nicht dass ich mir so eine schlieren dann reinbaue in mein tablett und war dann aber auch leider schon sehr frustriert weil das einfach ich habe nicht mit gerechnet muss ich fairerweise dazu sagen viele werden vielleicht sagen ja ist doch selbstverständlich dass das sich auflöst dieser kleber die blumen selber haben eigentlich gut gehalten die waren ich musste unabhängig davon aber auch als das mehr oder weniger gehärtet waren noch eine schicht drüber machen weil die blumen halt auch relativ hoch waren und aber wie gesagt ich war halt leicht frustriert weil eben dieses sich abgelöst hat es ist schade gewesen für mich persönlich aber was soll's es war jetzt nicht zu ändern und hab dann aber obwohl ich es schon gesehen habe habe ich dann mit rosa etwas drumherum einen rahmen gegeben weil ich gemerkt habe irgendwie ich brauche noch ein bisschen was und auch wenn dieses rosa sich nicht ganz so schön verbreitet hat wie es mir gewünscht hätte aber auch das wer mit epoxidharz arbeitet der weiß da kommen effekte die nicht immer so vorher zu sehen sind und das war dann aber auch okay ich finde das ergebnis an sich für das was schief gelaufen ist dann auch in ordnung und wird es aber weil ich noch ein tablet habe auch noch mal probieren dass ich selber das lineart gesicht male so dass dann eben dieses auflösen nicht mehr passiert und ich weiß nicht ob man es nachher beim schlussergebnis sieht dass da immer noch dieses aufgelöste mit oben ist aber auf jeden fall vertraut mir da ist wirklich noch was zu sehen und ich werde es trotzdem nutzen ich mag das tablet ich mag die idee dahinter und genau aber als es dann auf jeden fall auch ausgehärtet war habe ich dann gedacht okay so ein bisschen fehlt noch immer was und ich habe dann tatsache auch angefangen das ganze mit gold auszumalen also ich hatte noch ein goldlack mit dem bin ich dann sowohl außen als auch innen rumgegangen was für mich ein sehr schönes ergebnis gemacht hat ich muss dazu sagen ich habe zwei verschiedene gold töne dann genommen weil ich das eine habe ich mit so einer art pinsel gemacht das war so ein bisschen mühselig und den anderen teil habe ich dann mit dem heiß geliebten gold stift den glaube ich so viele epoxidharz künstler nutzen habe ich das dann auch gemacht und genau hier habe ich diesen goldlack ich bin kein fan von ich muss sagen er hat einen unheimlich kräftigen eigengeruch aber ich habe ihn jetzt er wird auch genutzt er wird auch alle gemacht aber ich werde ihn nicht mehr nachkaufen deswegen würde ich ihn euch jetzt auch ungern verlinken ich finde an sich von der handhabung her mit dem pinsel hat er auch seine berechtigung der hat kann man gut mit arbeiten das ist jetzt nicht dass man jetzt sagt boah der ist total doof oder so aber wie gesagt ich finde diesen eingeruch halt unheimlich anstrengend und genau ihr seht schon ich habe so ein bisschen mit der kamera gestruggelt aber genau wie gesagt es ging relativ gut auch relativ schnell ich habe ja nebenbei dann eben mein hörbuch wieder gehört und kann ich also auch nur empfehlen habt ihr lange projekte oder so ich nutze mittlerweile wieder sehr gerne direkt lesen tue ich nicht so viel auch wenn ich es wieder gerne machen würde wollen aber vielleicht kommt auch die phase wieder und dementsprechend genau ja und was gibt es noch zu sagen genau ich male hier so vor mich hin will euch doch gar nicht zu viel zu labern ich werde nächste woche euch ein relativ großes projekt noch zeigen das heißt da werde ich auch noch dran arbeiten jetzt erstens dass es komplett fertig wird weil das wird das hochzeits geschenk für meine freundin und ihren man sie sind ja eigentlich schon verheiratet aber eine andere geschichte ich freue mich sehr drauf und ich wünsche den beiden auf jeden fall ein unheimlich tollen tag und genau also dementsprechend das da könnt ihr euch dann schon drauf freuen da kommt nächstes wochenende auch ein etwas größeres projekt für mich mal sehen wie lang das video wird muss ich schauen ob ich wie viel ist kürze weil es natürlich auch langwierig jetzt einfach war und genau das ist das ergebnis ihr seht hoffentlich was ich meine dass das so ein bisschen nicht ganz so schön geworden ist wie es mir gewünscht habe aber genau es ist ein versuch gewesen ich habe wieder was das was dazu gelernt und genau ich hoffe ihr habt auf jeden fall einen wunderschönen sonntag lasst euch da schön verwöhnen von eurer familie freunden oder was auch immer ihr gerne macht am sonntag und ich hoffe wir sehen uns nächste woche sonntag wie gesagt lasst euch überraschen und bis bald